Schön, Sie persönlich kennenzulernen. Wir von Delticom B2B Services bieten Ihnen mehr als 15 Jahre Erfahrung im Online-Reifenhandel. Nutzen Sie jetzt unsere Angebote und Leistungen und gewinnen Sie mit uns neue Kunden. Wir können Ihnen versprechen, Ihr Geschäft wird von unseren günstigen Händlerkonditionen und unserer Kompetenz profitieren. Partnerschaftlich und fair, das ist unser Anspruch. Mit den Delticom B2B Services erhalten Sie ein flexibles und modernes Handelssystem mit Zugriff auf eines der umfangreichsten Reifensortimente in ganz Europa. Nutzen Sie günstige Händlerkonditionen für Reifen und Zubehör. Gewinnen Sie neue Kundengruppen und erweitern Sie Ihr Geschäft. Ohne. Und das ist das Wichtigste, dass Sie Ihre Unabhängigkeit aufgeben müssen. Was kann Ihnen unser Business-to-Business-Service bieten? Weltweit haben wir eines der größten Sortimente an Reifen aller Marken und Größen. Ob für Kleinwagen oder Limousine, LKW oder Motorrad, Spezialfahrzeuge wie Ackerschlepper und für Sie immer zum besten Preis. Unser Bestellsystem ist übersichtlich und wir liefern schnell und zuverlässig. Auch dank eigenem Lager und kompetenter Logistik. Die Anmeldung und Nutzung ist ganz einfach und bei uns gibt es keine monatlichen Gebühren und auch keine Bestellkosten. Mit uns sind Sie voll flexibel und Sie sparen die Versandkosten bereits ab dem ersten Reifen. Besuchen Sie gerne unsere Online-Shops in Deutschland auf www.autoreifenonline.de sowie in 26 weiteren Ländern. Autoreifenonline.de ist Ihr Online-Shop der Derticom AG. Europas Marktführer in Sachen Online-Reifenhandel. Sie können aus über 100 Herstellermarken Ihren Reifen wählen. Das gilt für fast alle Fahrzeugtypen, für Reifen oder RDKS vorbereitete, montagefertige Kompletträder. Schon ab dem ersten Reifen ist die Bestellung für Sie kostenlos. Einfach anmelden und nutzen. Es kostet Sie keinen Cent extra. Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Kfz-Teilen. Über 300.000 verschiedene Ersatz- und Zubehörteile stehen Ihnen bei autoreifenonline.de zur Verfügung. Bestellen Sie ganz einfach und direkt über die Herstellernummer, die Artikelmarke, die HSN- oder TSN-Nummer der Zulassungsbescheinigung Ihres Kunden. Verdienen Sie jetzt sogar mit der Lagerung von Reifen und Rädern gutes Geld. Unsere neue Online-Vermittlungsplattform Delti Wheel Storage bietet Ihren Kunden den Service eines Räderhotels. Wir haben zwei Möglichkeiten für Sie. Sie haben Platz im Lager? Hervorragend! Wir vermitteln Ihnen Mieter für Ihr Reifenhotel. Und natürlich wird der Transport von uns organisiert. Oder Sie haben keine Lagerplätze mehr, wollen aber den Kunden trotzdem den Einlagerungsservice bieten? Gar kein Problem. Wir vermitteln Lagerflächen und kümmern uns um den Transport. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit geprüften Businesskunden. Auch hier geht natürlich wieder, die Anmeldung und Nutzung ist für Sie kostenfrei. Sie selbst kennen es ja am besten. Die Ansprüche der Autofahrer steigen ständig. Kommen Sie Ihren Kunden buchstäblich entgegen. Wir unterstützen Sie beim Aufbau und der Einrichtung eines mobilen Reifenservice. Nutzen Sie dieses Zusatzgeschäft als Wettbewerbsvorteil. Denn wir vermitteln Ihnen jederzeit Privat- und Geschäftskunden über unsere Online-Shops wie reifendirekt.de oder tirendo.de und teilen unser Know-how durch Schulungen und Erfahrungsaustausch sehr gerne mit Ihnen. Hier hören wir aber noch nicht auf. Werden Sie Teil des Delticom-Netzwerks und profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit anderen mobilen Partnern, Marketingunterstützung und einem umfangreichen Softwarepaket inklusive Unterstützung bei der Tourenplanung. Mehr Infos bei Delticom B2B Services. Als Teil des größten europäischen Online-Reifenhändlers bietet autoreifenonline.de ein enormes Sortiment an Alu- und Stahlfelgen für PKW, SUV und Transporter. Unsere Auswahl umfasst selbstverständlich auch montagefertige Kompletträder. Also bereits fertig montiert und gewuchtet mit Anbausatz und Gutachten. Reifendruckkontrollsensoren können im Shop ganz einfach dazu bestellt werden. Der Einbau und die Programmierung erfolgen durch unsere geschulten Räder-Monteure. Bereits über 60 Prozent der Neufahrzeuge sind mit direkt messenden Reifendruckkontrollsensoren ausgestattet. Dies wird in steigendem Maße Einfluss auf den jahreszeitlich bedingten Reifenwechsel nehmen. Über unseren Webshop bieten wir betrieben anbaufertige Kompletträder mit bereits montierten und sofern erforderlich auch programmierten RDK-Sensoren an. Räder anbauen, Sensoren anlernen und fertig. Neu Kunden zu gewinnen kann so einfach sein. Registrieren Sie sich mit wenigen Schritten als Montagepartner. Kunden, die Reifen in einem unserer Shops gekauft haben, suchen einen Partner, der diese fachgerecht montieren kann. Warum sollten Sie das nicht sein? Hier können Sie dem Kunden direkt zeigen, was Sie können und nachhaltig Zusatzgeschäfte entwickeln. Ob Räder-Einlagerung, Inspektionstermine, Ölwechsel oder auch Reparaturen. Dabei ist die Registrierung kostenlos und an keine Vertragslaufzeiten gebunden. Delticom B2B Services sorgt für die direkte Verbindung und eine einfache Abwicklung. Wir von Delticom B2B Services sind für Sie da. Von Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr. Per Telefon oder E-Mail. Bei autoreifenonline.de sind unsere B2B Teams durch hervorragendes Reifenfachpersonal geschult und stehen Ihnen gerne und kompetent zur Seite. Telefon 05 11 93 634 965. E-Mail autoreifenonline.de.com. Wollen Sie größere Mengen Reifen kaufen? Benötigen Sie zum Beispiel mehr als 60 Reifen auf einmal? Für Großbesteller mit Mengengeschäft bieten wir individualisierte Angebote und attraktive Konditionen. Ein Angebot stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage exklusiv zusammen. Solch ein Angebot könnte zum Beispiel nur Reifenmarken aus unserem Eigenlager enthalten. Darunter viele unserer Top-Seller-Marken wie Star Performer, Nan Kang oder Goodride. Die Datenübertragung erfolgt automatisch per EDV, sodass Sie regelmäßig unser aktuelles Angebot erhalten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns doch gleich mal an. Wir freuen uns auf Sie.